Musik Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute hier so zahlreich zu unserem Jubiläum erschienen sind. 25 Jahre H-Team e.V. Wir freuen uns sehr und möchten Sie heute Abend hier und heute Nachmittag zu uns einladen im E-Welt-Haus. Daneben befindet sich der Tanzraum, wo wir dann später auch tanzen möchten. Und natürlich darf ich auch noch den Kollegen Florian von Brunn aus dem Bayerischen Landtag herzlich begrüßen werden können. Ich darf Ihnen allen, die Sie das H-Team vor 25 Jahren mitgegründet haben, die dies jetzt mitfragen, dem ganz herzlichen Dank der Stadtspitze, des Stadtrats und aller Münchnerinnen und Münchner übermitteln. Und man kann im Prinzip in diesem Fall nur sagen, bleiben Sie so wie Sie sind, bleiben Sie dran an der Not der Menschen und seien Sie sicher, wenn Sie notwendige Finanzierungen benötigen, haben wir auch von Seiten der Stadtwerte ein offenes Ohr. Vielen Dank. Und Ihnen allen einen wunderschönen Abend heute hier. Alles rausgerissen und dann hingeschmissen. Alles rausgerissen und dann hingeschmissen. Rausgerissen, hingeschmissen, rausgerissen, hingeschmissen. Wie kann man nur, wie kann man nur, wie kann man nur nicht auch von Köln? Wie kann man nur, wie kann man nur, wie kann man nur nicht auch von Köln? Alles rausgerissen, alles rausgerissen und dann hingeschmissen. Ausgerissen, 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 hingeschmissen. Wie kann man nur, wie kann man nur, wie kann man nur nicht auch von Köln? Wie kann man nur, wie kann man nur nicht auch von Köln? Wie sieht denn hier aus? Ja, wie sieht denn hier aus? Also wie kann man nur, wie kann man nur, wie kann man nur, wie kann man nur, wie kann man nur noch von Köln? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.